So, dann habe ich noch diese kleine Aufgabe hier für dich mit dabei, die steht gar nicht auf dem Plan. Du kennst es schon, wir haben hier verschiedene Wörter und gefragt ist großes M oder kleines M. Also das große M am Wort Anfang oder das kleine M im Anhänger, im ersten Zimmer vom Anhänger, also am Anfang der zweiten Silbe. Und da musst du einfach die Wörter vorsprechen, auf den Wagen tippen und dann findest du ganz schnell raus, ob sich da ein großes oder ein kleines M versteckt. Also hier haben wir den HOME, ja, HOME und da höre ich HOME, also das ME hier hinten ist das M in der zweiten Silbe. Hier haben wir Mäuse, eine Blume, der Daumen, eine Möhre, Achtung, nicht Karotte, Karotte hätte drei Silben, das passt nicht in den Wagen. Das ist eine Möhre, ein Mantel, Bäume, eine Palme, das ist ein Vogel, Vogel hätte jetzt kein M, aber das ist ein ganz bestimmter Vogel, vielleicht kennst du den, hast du den schon mal gesehen. Das ist eine Meise, das ist eine Meise, das hier unten, das werden auch viele nicht kennen, das ist ein Schemel, also ein ganz kleiner Hocker für die Füße eigentlich bloß. Ein Schemel und die hier kennst du, das ist die Mame. Okay, also sprich die Wörter aus und überleg dir dann großes M oder kleines M, in welcher Silbe steckt das M drin und ich lade die Lösung auf Padlet hoch.